Genau auf der Ecke liegt mein Hotel und das sind nun die letzten Minuten in Köln. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bahnhof, der genau vor mir liegt, direkt am Kölner Doof. In einer Stunde geht mein Zug nach Stuttgart. Also noch genügend Zeit, um sich noch ein bisschen was anzugucken. So, die letzten Aufnahmen vom Kölner Dom, dann heißt es Ade Köln. So, das ist ein paar Minuten. Also, das ist ein paar Minuten. So, das ist ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020